Hier liege ich nun verfolgt von dem Folter. Obwohl das eher ein Folter aus dem Unterdrückergeist nicht war. Ich habe gerade schon versucht ein Bibelvideo zu schauen. Und als die Stelle mit Lamech kam, als sie gesagt hat, alter Ziller, vernimmt er meinen Spruch. Einen Mann erschlug ihn, einen jungen Mann, der hat geklopft über mein Gehirn rein. Als ob es mich sehr freuen würde, dass endlich ein Mord passiert und es mich endlich auch ermorden darf. Ich würde jetzt so gerne diese bösen Wörter benutzen, die ich ständig benutze, um das zu beschreiben. Aber ich tue es jetzt nicht. Dieses Video nicht. Das soll ein sauberes Video sein. Ich kann mich jetzt auch beherrschen. Ich bin Herr und Herr Lage. Weil ich Herr der Lage bin, werde ich diesen bösen, fiesen Seite nicht benutzen. Und es kann mir jetzt auch nicht rausjumpen. Out of my mouth. It cannot be. Atomic Blunt. Das ist ein neues Atomic Blunt. Und hier ist das Zucker. Und dann hat sie gesagt, ich will immer noch eine Zucker für dich. Zucker. Sugar. Das war schönes Weihnachten. Danke. Ich durfte zu weinen in der Nacht mit Frieden genießen. Sehr viel Frieden. War eine schöne Friedenzeit. Danke Nachbarn. Vielen Dank. Dass ihr mich extra angestrengt habt, um mich nicht zu foltern während der Weihnachtszeit. Merci beaucoup. Und ähm... Ich denke gerade wirklich drüber nach, um abzuhauen. Irgendwohin. Aber das ist ja nur noch diese Serie Staffel 3. Wird noch gern zu Ende schauen. Das mache ich jetzt. Ich kann jetzt so... Soll es zu Mama laufen? Und ich wollte ja irgendwann mit dem Fasten anfangen. Aber wenn ich hier bei Mama bin... Ist das Fasten so schwer? Das Fasten ist so schwer, wenn ich bei Mama bin. Und hier auch. Hier kann man auch sonst was in Sonne bleiben. Aber ich denke, das ist dann die letzte Mahlzeit. Die letzte Mahlzeit. Also sogar wenn ich faste, werden sie mich bestimmt auch foltern würden. Genau davor habe ich Angst. Genau davor habe ich Angst. Wenn ich faste, werden sie mich auch foltern würden. Das ist cool. Falter hier ist voll cool. Danke. Falter hier ist genial. Hör auf, herumzuschreien. Sie schreit immer am meisten rum, wenn ich eigentlich gar nichts Böses tun will, sondern nur wenn es so aussieht, als könnte ich was Böses tun. Dann schreit sie rum. Wir haben Spieß. Wir haben Spieß.